Wie ihr wisst, bestelle ich eine ganze, ganze Menge Briefe auf Cardmarket, weil ich muss irgendwoher auch die ganzen Karten bekommen, die ich für Deck-Tags nutze, die ich euch vorstelle. Die bestelle ich ganz oft auf Cardmarket oder von anderen Händlern oder irgendwo sonst woher. Dabei ist mir aufgefallen, dass ganz, ganz viele Leute einfach keine Ahnung haben, wie man anständig verpackt. Ich will heute mit euch so ein bisschen auf die Reise gehen, was so an Fehlern gemacht wird. Ich werde jetzt keine einzelnen Briefe zeigen, weil wie gesagt, es könnten jetzt Adressen drauf sein. Meine eigene Adresse ist ein Postfach, das mir egal, ob ihr es habt oder nicht. Jeder, der mir bei Cardmarket mir was schickt, hat das Ding schon. Ich werde jetzt keine Briefe drauf machen, ich werde jetzt auch niemanden blamen, schämen oder sonst was. Aber ich werde euch Common Mistakes zeigen und am Ende auch noch zeigen, wie man anständig es richtig verpackt. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Briefumschläge und verschiedene Briefumschläge bedeuten natürlich auch verschiedene Verpackungssituationen. Ich persönlich nutze diese sogenannten C6-Umschläge, denn was ich damit machen kann, wenn ich so ein normales Blatt Papier nehme, in diesem Fall von Pegasus eine Zeitschrift, die ich von denen bekomme, kann ich das falten. Und das Ganze kann ich als Verpackungsmaterial reinmachen. Denn Fehler Nummer 1, kein Verpackungsmaterial benutzen. Wisst ihr, wie oft ich Briefe bekomme, die so aussehen? Wir nehmen eine Karte, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, kommt deine Sleeve drum. Wenn wir Glück haben, dann wird die da reingeworfen. Okay, Stempel drauf, fertig zu. Manchmal wird die dann hier unten noch reingeklebt wie so ein Bekloppter. Was stimmt mit euch nicht, wenn ihr so verpackt? Wenn ich eine Karte bestelle, ja, und selbst wenn es nur eine 50-Cent-Karte ist, dann möchte ich mit dieser Karte Magic the Gathering spielen können. Wenn die Karte jetzt geknickt wird oder ein Stempel draufkommt oder sonst was, ist die Karte halt im Arsch. Also auch wenn ihr dann so eine Billo-Karte davor macht und hier einfach so ein Treasure- oder so ein Plot-Token davor setzt und die dann reinklebt, ist das immer noch Müll. Aber dann achtet wenigstens drauf, dass ihr sie so rum reinklebt, dass die Packkarte nach vorne geht. Ihr glaubt nicht, was für eine Scheiße ich schon zugeschickt bekommen habe. Ähm, macht das nicht. Ein Blatt Papier, selbst wenn ihr ein Druckerpapier nehmt und das durch vier schneidet und dann einfach nur ein Papier habt, wo ihr es draufklebt, ist das besser, als wenn ich diesen halben Briefumschlag so auseinanderfrimmeln muss, bis ich das da rauskriege. Da kriege ich Plack. Macht das nicht. Wie gesagt, das ist ein großer Fehler. Packmaterial. Es gibt verschiedene Arten von Packmaterial. Es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, eben ein Blatt Papier zu nehmen. Dieses kann man entweder so rumfalten für C6. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man das jetzt nimmt, das so zu falten. Und ihr könnt dann die Karten zum Beispiel hier so reinmachen, dass ihr die hier so reinklebt oder so. Aber Hauptsache, sie sind geklebt. Sie sind irgendwo geklebt und nicht einfach im Umschlag reingeworfen oder in den Umschlag geklebt. Das machen nur Psychopathen. Es gibt auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei einem Zauberlandspieler, dass man das einfach so als eine Karte hat, wo man das dann draufkleben kann. Es gibt auch welche, die haben so einen Doppelumschlag. Die finde ich ganz sexy. Persönlich. Aber wenn, würde ich die niemals so hochklappend machen, sondern immer seitlich klappend. Warum? Kommen wir gleich zu. Wenn wir jetzt diese hochklappende Karte haben, kann man eben hier wunderschön die Karten reinkleben, das zuklappen und in den Briefumschlag machen. Wenn ich den Briefumschlag dann öffne, ziehe ich da dran, öffne das Ding und nutze es. Ich werde dieses Ding jetzt mehrfach auch noch benutzen nebenbei. Genau wie das hier. So. Wir retten erstmal unseren Loot und machen mal einen Treasure da rein. Der Treasure ist die Karte, die wir haben. Die ist ganz wichtig. Und wir nehmen eine Insel als Packkarte. Warum eine Packkarte benutzen? Jeder von uns oder die meisten von uns haben ohne Ende Tokens, Länder, Basic Lands, komische Werbungkarten, die Wizard of the Coast mittlerweile in jedes verdammte Produkt haut. Wenn wir jetzt diese Karte so haben und sie wird so gekauft und da kommt ein Stempel drauf, wie ihr vielleicht seht, auf manchen Briefen ist so ein Stempel drauf. Macht die Post da so drauf. Und wenn ich meine Briefe abgebe und ich dann immer die Dame höre, wie sie dann immer so ein... ...macht, kriege ich halt Plack. Aber die wissen halt nicht, was drin ist und wenn die das auf eine Karte hittet, dann kann es sein, dass diese Karte nicht mehr spielbar ist, beziehungsweise auf Turniere nicht mehr legal ist oder eben an Wert verliert. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir als Verkäufer sind dafür verantwortlich, die Karte so zu verkaufen, wie sie ist. Und wenn wir sagen, wir haben sie Niermint losgeschickt, aber die Verpackung ist scheiße, dann ist das egal, ob wir die Niermint losgeschickt haben oder nicht. Dann ist die Karte pur oder excellent oder Niermint... Ach nee, warte, Niermint ist sie da nicht mehr. Wichtig, eine Karte vorne hin. Dazu kommt das große Problem der Briefe. Sie können auch mal geknickt werden. Das tut den meisten Magic-Karten, das hier tut den meisten Magic-Karten nicht weh. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und den hier mache, tut das einer Magic-Karte schon weh. Wenn euer Brief das hier macht, dann stimmt was mit eurem Brief nicht. Deswegen, es gibt auch Leute, die so Pappkartons benutzen oder so. Das wird vom Card-Market werden auch, ich glaube, diese Dinger hier empfohlen und werden irgendwie 50.000 Karten vorne, 50.000 hinten empfohlen. Braucht man nicht. Ist Quatsch. Eine Karte auf jeden Fall vorne drauf, die muss drauf. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt haben wir diesen Punkt. Wir haben die Karte eben geschützt. Wir haben sie vorne eingesetzt. Wir wollen sie jetzt verpacken. Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten. Das Erste, was wir machen können, ist, wir können uns ein wunderschönes kleines Notizzettelchen nehmen. Gehen auch die kleinen, da sind die hier hingegangen. Wir können die Karte hinten ankleben, nach vorne umklappen und hier festkleben. Beim Festkleben könnt ihr einen genialen Trick machen. Wenn ihr die Sachen anklebt, behaltet ein Stück davon in der Hand, so, und klappt das hier vorne mal kurz um. Also, so. Hat die Bewandtnis, wenn ich das jetzt zuklebe, ist hier vorne so ein Ding, was ich anpacken kann. Das kann ich jetzt aufreißen und muss nicht mit dem Fingernagel auf dieser Karte rumkratzen, um an den scheiß Tesafilm zu kommen. Gott, das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema, merke ich gerade. Ich bin sehr emotional bei diesem Thema, weil ich schon die schlimmsten Verpackungen gekriegt habe. Es ist, ja, dieser Umknicker hier ist der Wahnsinn. Kostet euch eine halbe Sekunde, spart Millionen von Stunden beim Käufer und er ist happy. Und er macht die Karte nicht kaputt beim Öffnen. Ganz wichtig. So, jetzt haben wir den Punkt, die Karte kann vorne nicht mehr raus. Die Karte kann hinten nicht raus, weil ihr die Hoftsleeve hoffentlich zu habt. Was ich jetzt damit mache, ist, ich lege sie hier in diese Kante. Mache dann einen Streifen. Kann den auch schon in der Hand umknicken. Und das Umknicken vergesse ich auch manchmal. Aber macht es einfach, das ist sehr gut. Und lege das so. Das heißt, ich habe hier einen Streifen zum Umknicken, kann den hier aufgreifen, um abzumachen. Wenn ich jetzt die Karte, also die Karte bewegt sich auch nicht, also, ja. Und wenn ich die Karte jetzt zuklappe, dann geht die Karte innerlich an diese Kante ran. Das heißt, sie hat nochmal einen zusätzlichen Schutz, dass sie nicht rauskommen kann. Selbst wenn das Papier reißt, kann die Karte nicht rausgehen, weil sie hier gegen die Kante schlägt. Das macht die Karte nicht kaputt. Hilft. So. Das ist die Karte. Die habt ihr verschickt. Die ist safe. Dazu kommt, wenn wir jetzt unseren normalen Briefumschlag nehmen. Ja. Ich nehme mal einen kleinen Stift. Machen wir hier einen Absender. Und dann machen wir uns mal ein kleines Label. In meinem Fall habe ich so einen kleinen Labeldrucker mir mittlerweile geholt. Müsst ihr in dem Fall nicht tun. Der macht so kleine Label. Da kann man dann eben schön den Namen draufdrucken und so weiter und so fort. Das ziehe ich dann ab. Und klebe das dann hier vorne drauf. Da steht jetzt der Sender hin. Wenn ich jetzt eine Briefmarke mache, ja, die klebe ich hier oben hin. Ich nutze persönlich ganz gerne diese Markenboxen 100, weil jedes Mal zum Post zu laufen dafür finde ich absolut ätzend. Und jetzt packe ich die Karte da rein. Ich wiederhole. Die Karte liegt links unten. Der Stempel, der Poststempel wird hier rechts oben passieren. Das heißt, da wird gestempelt. Die Karte ist möglichst weit weg vom Stempelradius. Und trotzdem ist eine Schicht eine Packkarte drüber, weil sich das so gehört. Dann haben wir zwei Schichten relativ dickes Papier auf der einen Seite. Zwei Schichten relativ dickes Papier auf der anderen Seite. Damit ist das Ganze ein relativ stabiles Gerät. Wenn ich das jetzt nehme und hier einpflanze. Flupp, flupp, flupp. Mach den Kram zu. Mach noch so ein Stück Tesa hier unten so einmal so drüber, damit das passt. So, habe ich einen fertigen Brief, den ich so sehr schnell packen kann und abschicken kann. Wenn Leute dieses Ding hier nehmen und das so hier hinkleben, kriege ich schon wieder Raster. Erstens, hier ist keine Kante, die das schützt. Das heißt, wenn es sich hier hinten loslöst oder einreißt, fällt die Karte hier raus und ist so halb draußen. Selbst mit einer Packkarte kann das nicht beschützen. Zweitens, wenn ich dann hier drüber lege, wird genau hier gestempelt. Wer ist denn so dumm und stellt das... Entschuldigung, wenn ihr das macht, bitte hört auf damit. Sorry für alle Leute, ich pleite, dass ihr das macht. Also wenn ihr das macht, bitte macht es einfach nicht mehr. Das ist einfach wichtig. So, jetzt haben wir den Punkt, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Karte eben auch anderweitig zu machen. Es gibt da noch Leute, die machen das dann smart irgendwie so. Auch das geht, hat dann hier oben halt nur den einfachen Schutz und wir haben hier an der Seite einfach einen verplatzten Ding. Und was wir jetzt für ein Problem haben, hier ist es jetzt, das ist eine Knickkante, die sehr stark ist. Das heißt, wenn der Brief geknickt wird, wird der hier irgendwo geknickt und das könnte dazu führen, dass die Karte eben auf der einen Seite zu dick ist. Wenn der unten flacher liegt, haben wir einfach eine schönere Kante, wo halt weniger Knickmaterial ist. Also hier ist weniger Knickmaterial und hier ist weniger Knickmaterial, wodurch der Brief insgesamt einfach stabiler ist. So, jetzt kommen die Leute an und sagen, Blacky, du sagst andauernd bei euch im Podcast, ich mache übrigens einen Podcast, du findest es scheiße, dass man vier Karten bestellt, also Playsets. Warum? Wenn ich jetzt nicht jede Karte einzeln verpacke, sondern irgendein Mensch sagt, oh mein Gott, ich will Geld sparen. Und er kauft viermal dieselbe Karte bei mir. In so eine Hülle passt es nicht rein. Das macht die Hülle halt nicht mit. Was ich dann machen muss, ist, ich gehe auf zwei Karten hier rein und muss das Ganze nochmal daneben setzen. Wenn ich jetzt Karten daneben setze, muss ich den Kartenpack anders falten. Dann nehme ich den DIN A4 Blatt, falte es einmal so. Schöne Kante machen, bitte. Und einmal so. Das hat jetzt die Bewandtnis. Wenn ich jetzt die Karten hinlege und sie so hier einklebe und diese Karten nehme, wir nehmen wieder eine Packkarte, die im Fall eine Ebene. Dann nehmen wir eine wunderschöne Hülle, packen diese Piraten und die Ebene da rein. Ich packe sie hier gegen, versuche wieder möglichst weit unten hinzukommen. Also möglichst weit an diese Kante, möglichst weit nach links unten. Und wenn man an diese Kante geht, kann man tatsächlich auch diesen Papierding wirklich sein lassen. Das heißt, ich nehme jetzt Papier, klebe das mal hier und klebe das hier. So, jetzt hält das alles extrem gut und hier unten die Kante sorgt dafür, dass der Brief verschlossen wird. Das hier sind 22 Gramm. Ich verstehe nicht, wie man anständig verpacken soll und ich habe jetzt nicht mal hinten eine Packkarte verteilt. Dieses Blatt Papier ist sogar auch genauso schwer wie hier das Ding. Das ist einfach, wenn dann Leute hingehen und sich ein Playset von 5 Euro Karten kaufen und dann sagen, ja 85 Cent, weil die anderen 15 Cent, die will ich nicht bezahlen, damit jemand einen Euro hat, damit ich anständig verpacken kann. Dann kriegt der halt Murks, weil was der dann kriegt, wir nehmen das mal hier wieder auseinander. Na, hier ein ganz gutes Beispiel, warum der Unterschied ist zwischen, ich kann das Ding packen und einfach abziehen und eben dem, ich muss an der Karte rumroppen, um das zu bekommen. Was dieser Mensch dann von mir bekommt, weil anders geht es halt in der Verpackung nicht. Und ja, ich verschwende gerade ein bisschen Plastik. Es tut mir leid, ist, ich nehme hier so die Piraten und eine Packkarte, nehme dann hier so eine Penny Sleeve, die halt nicht irgendwie stabil ist, weil die Hüllen selber, ihr wisst das, ihr nutzt die, ihr spielt mit denen, ihr mischt mit denen. Die haben auch eine Stabilität, die haben auch einen Schutz. Dafür wurden die kreiert. Diese Penny Sleeves hier haben gar nichts, die kann ich so zerfleddern, wenn ich möchte. Dann packe ich die da rein, dann hat die hier oben auch noch Luft, da kann ich leider nichts gegen machen, ich kann die maximal versuchen umzuknicken. Und dann lege ich die unten rein, nehme mein Plastikstück, klebe das zu, ich nutze jetzt dasselbe, damit ich nicht nochmal einen Teserstrefer machen muss. Klappe das zu, packe das rein, wieder ganz links unten. Der Nachteil, also das hier sind jetzt mit Briefmarke 20 Gramm. Genau das, was eine 85 Cent Briefmarke machen darf. Wenn man teurer wird, wird man, oh diese süßen Kätzchen, muss man die an Euro nehmen und ihr verliert einfach Geld, weil der Käufer geizig ist. Deswegen sage ich immer, wenn ihr hingeht und mir 15 Cent gebt beim Ankauf, damit ich eure Karten anständig verpacken kann, ich kann, ich kann fast das Doppelte an Packmaterial dabei tun. Ich kann jetzt noch hingehen und sagen, die Karten packe ich davor und dahinter, ja, und mache das irgendwie so. Guck mal, was wir jetzt auf einmal hier für einen dicken Stapel haben, den kann ich nicht mal richtig biegen, ja, für 15 Cent, wenn die Karte euch wichtig ist. Und wenn ihr ein Plastikstaufen habt, wollt ihr es wahrscheinlich spielen. Zahlt einfach die 15 Cent mehr, tut es einfach, tut es einfach für jeden Verkäufer. Die ganzen Leute, die anderen sagen, das kostet ja mal 15 Cent. Wenn wir hingehen und das euch anständig verpacken sollen, dann solltet ihr das zahlen. Es gibt auch schon so viele Leute, die es bei mir schwer haben und gesagt haben, boah, Hiddas, ein Playset mit nur einer Karte in so einer Billohülle, einmal kurz Geteser-Film, das ist ja super schlecht verpackt. Und ich sage, das ist nicht schlecht verpackt. Das sind 20 Gramm Packmaterial, es ist Schutz vorne, es ist Schutz hinten, es wird nicht gestempelt. Es ist das Minimum und Bärminimum von dem, was es ist. Und das hier ist das Bärminimum von dem, was du gezahlt hast. Zahl mehr, du kriegst mehr. You get what you pay. Wenn man jetzt aber hingeht und wirklich einige Karten bestellt hat und diese Hochformat benutzt, also den hier benutzt und eben die anders gemacht hat, kann man ja auch nochmal mehr werden. Dann kann man ja bis 50 Gramm gehen. 50 Gramm ist eine ganze Menge. Auch da kann man Karten vorne hinpacken. Bei 50 Gramm bitte ich euch, ein ähnliches Prinzip zu machen wie hier. Wenn ihr irgendwie, ich glaube, 17 Karten kauft, ihr könnt jetzt mal unten bei Card Market schauen, dann wird es zum Großbrief, dann kostet es 50 Cent mehr. Die 50 Cent, ihr kauft hier Karten, die tausende kosten teilweise. Und dann sagen die Leute, ne, 10 Cent mehr Verpackung gibt es nicht. Warum? Was ist falsch bei euch gelaufen? Entschuldigung. Genau, so haben wir jetzt den Brief verpackt. Wir haben den so zugemacht. Er ist links unten in der Ecke. Wir haben eine Packkarte vorne. Bei besonders wertvollen Karten, Einzelkarten, aber noch eine Packkarte hinten. Wenn man jetzt an Prio-Briefe geht, ja, Prio-Briefe hier, diese wunderschönen Dinger mit Prio, haben wir jetzt den Punkt, dann haben wir meistens wertvolle Karten. Ja, das sind Karten ab 25 Euro laut Card Market. Man kann auch ab 20 Euro Prio zubuchen. Weil was die Leute nicht wissen, man kann auch mehr bezahlen. Man kann auch, also ich mache das ganz oft, dass ich bei 20 Euro Karten schon sage Prio. Ich habe auch schon Leute gehabt, die bei 40 Cent Karten Prio bestellt haben. Das finde ich ein bisschen drüber, aber okay. So, wenn wir jetzt schauen, was wir haben. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben auf der einen Seite, kennt fast jeder, habe ich hier so einen ganz kleinen Stapel von liegen. Wenn ich mal eine teure Karte verkaufe, einfach diese coolen Top-Loader. Wisst ihr, was die Leute damit machen? Ganz großartig. Die sagen dann, das ist ja genug Schutz, ja, für diese Treasure-Karte. Dann packen die die umgesleeved da rein, packen die dagegen und kleben die oben zu. Ja, das hat einen gewissen Schutz. Aber wenn hier irgendwas gegenkommt, dann ist die Karte halt im Arsch. Mensch, warum kann man da nicht hingehen und sagen, okay, man klebt hier jetzt noch so einen drauf. So einen Human, so einen Menschen, jemand, der das beschützt. Und das macht man hinten auch noch. Im Normalfall gehe ich hin bei sowas, nehme mir das Teil, nehme zwei Packkarten für hinten und vorne und klebe das da drauf. Jetzt habe ich einen Schutz. Wenn ich das dann hier festmache, habe ich einen extrem guten Schutz für meine Karte. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist die Karte ohne Sleeve da reinzupacken. Also das geht halt auch gar nicht. Wenn dann irgendwelche Dillus ankommen und sagen, ich hätte meine Karte gerne gesdoublesleeved, weil die kostet ja 20 Euro. Packt den einfach an den Kopf. Wenn ich die Karte jetzt doublesleeve und damit irgendeinen Kauderwelt streibe beim Doublesleeven. Was ist passiert denn, wenn ihr die Karte bekommt? Welchen Mehrwertschutz habt ihr durchs Doublesleeve? Kein. Kein. Wenn die anständig mit einer Einer-Sleeve in so einem Ding drin ist. Da ist kein Schutz. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst die noch entfernen und eine eigene benutzen. Das ist Plastikmüll, nennt sich das. Doublesleeve-Karten zu verschicken, ist auch eh der Hölle. Macht das einfach nicht. Das funktioniert dann auch mit den Playset-Karten und einem Blatt Papier ist seitlich schon über 20 Gramm. Und ihr könnt damit keine Packkarte machen. Und die Packkarte ist mir wichtiger, wie so eine Dully-Inner-Sleeve, die dann jeder weghaut. Also, sorry, wer auf Inner-Sleeves dabei besteht, der hat einen Pau-Geschlag manchmal nicht gehört. So, jetzt haben wir den Treasure hier drin. Hier wieder an die Ecke gepackt. Gib ihm. Auch hier kann man hingehen und kann diese wunderschöne Papierding drüber machen, damit die Karte da nicht rausrutscht. Fertig. So. Haben wir jetzt, keine Ahnung, 25, 26 Gramm. Wir können jetzt noch, wenn die Karte irgendwie 80 Euro kostet oder so, noch ein paar Karten vor und ein paar Karten dahinter kleben. Länder, Basic Lands und Tokens kosten nichts. Davon haben wir alle zu viel. Einfach die nutzen. Einfach die nutzen. So. Packe ich rein. Selbes Prinzip. Links unten, damit es nicht an den Stempel kommt. Wenn ich jetzt hingehe, und das gibt es auch, diese lustigen Smart Guards. Die sind aus Pappe und sollen so ein bisschen diesen Plastikmüll von denen hier vermeiden. Wenn ihr einen Smart Guards schickt, müsst ihr schauen, dass ihr die richtigen Sleeves benutzt. Weil eine Karte funktioniert. Wenn ihr drei, vier Karten in diesen Smart Guards reintut, dann wird der hier vorne so aufgedölt und die Ecken bleiben so zu. Ja. Das macht hier unten die Karten kaputt beim Reinschieben. Macht das nicht. Smart Guards sind für zwei oder maximal drei Karten gut. Ab vier wird es schwierig. Wenn ihr die zumacht, ihr müsst die nicht zukleben. Man kann die zukleben. Eine Karte vorne drauf, eine Karte hinten drauf. Braucht ihr dann nicht, weil das ist dann euer Stempelschutz sozusagen. Die sind auch ziemlich gut. Werden auch in Deutschland, glaube ich, hergestellt. Von Raid & Trade. Non-sponsored, aber Größe gehen raus. Da war ich auch schon ein super cooler Laden. Oder wie gesagt, ihr nutzt einfach Top-Loader für teurere Karten. Das kann ich auch für teurere Karten einfach empfehlen. Wie gesagt, Inner-Sleeves würde ich sein lassen. Ich habe schon wieder irgendwelche Dullis dabei gehabt, die mir Side-Loader reingemacht haben. Wo ich halt sage, Side-Loader, Inner-Sleeves sind kein Schutz. Dann lasst es einfach weg. Ja, ich weiß, die sind einfacher da reinzumachen. Aber es gibt einen Grund, warum sie einfacher da reinzumachen sind. Weil sie dadurch mülliger sind. Naja, egal. Karten in Sleeves, das reicht. Keine Double-Sleeves, das ist Quatsch. Wenn ihr vier oder mehr Karten bestellt, zahlt ihr 15 Cent mehr für eine anscheinendige Verpackung. Wie gesagt, ein Blatt Papier, eine paar Karte, eine dünne, 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 dünne Penny-Sleeve. Und die vier Karten sind schon bei 21 Gramm. Und wenn ihr eure Karten bestellt, dann wollt ihr damit spielen. Wir alle lieben das Spiel. Wir alle lieben unsere Karten. Und auch kleinere Karten. Wenn ihr nur vier 50 Cent Karten kauft, wäre es so, als würdet ihr 55 Cent Karten kaufen. Und die Karte 55 Cent kostet oder 50 Cent ist nicht relevant, wenn wir die Karte spielen wollen. Achtet bitte drauf, wie man Karten verpackt. Verschickt sie anständig. Achtet auch mal selber darauf, was für No-Gos ihr macht. Klebt ihr sie einfach in den Briefumschlag. Habt ihr keine paar Karte drauf. Nutzt ihr irgendwelches ganz weirdes System. Habe ich irgendwas noch gar nicht aufgesetzt, was man machen kann. Man kann auch so Dinge machen, wie zum Beispiel hier die Ecken abkleben und so und so ein Kram. Das habe ich jetzt alles mal nicht gemacht. Ich habe so die Standardsachen gemacht und die wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich war ein bisschen robuster, ein bisschen rabiater. Das tut mir leid. Meine Gefühle gehen da ein bisschen mit mir durch, weil ich mache Card Market schon seit über 10 Jahren. Und ich persönlich verstehe nicht, wieso ich das immer und immer wieder Leuten erklären muss. Ja, weil es immer wieder neue Leute gibt, die es nicht wissen. Aber es ist eigentlich so ein Common Sense geworden. Und wenn dann irgendwelche Leute zu mir ankommen und sagen, du hast das nicht gut verpackt. Ich habe nämlich keine Inner-Sleeve bei meiner 3-Euro-Karte bekommen. Da möchte ich halt einfach platzen. Dementsprechend ist es für mich ein sehr emotionales Thema, sowohl die Karten zu verpacken, weil Leute lernen müssen, die Karten anständig zu verpacken, wie auch das Kaufverhalten, dass man sagt, diese 10 Cent sind es mir wert. Auch eine ganz, ganz lustige Sache, die ich jetzt gerade mal einschneiden muss. Wenn jemand bei euch einen Prio-Brief kompakt bestellt, Prio-Brief-Kontakt sind 40 Gramm oder 50 Gramm und nicht einfach nur so ein Top-Loader mit der Karte drin da reingeklebt. Wenn ihr weniger macht als angegeben, ist das ein Problem, wenn ihr nachher ein Problem mit dem Brief habt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und haben ein Problem mit dem Brief, der kommt bei mir an, der Brief, der Top-Loader ist kaputt, die Karte ist durchstochen und ich sage Karte kaputt. Und dann wird Karte zu euch kommen und sagen, ey Leute, du musst dir das Geld von der Post wiederholen, ist versichert. Die Post wird sagen, nö, das ist Prio, das ist gar nicht versichert, weil viele Leute wissen ja gar nicht, dass Prio gar nicht versichert ist. Und dann wird Karte der Support hingehen und sagen, ja wie hast du es denn verschickt? Und dann sagst du, ja hier ist eine Prio 95er Marke, also eine 85er Marke. Und dann wird Karte-Market sagen, ey, stopp, der Mann hat eine 2,10 Euro Marke und nicht eine 1,95 Euro Marke bestellt bei dir. Du hast es nicht anständig verpackt. 2,10 Euro sind mehr als 20 Gramm. Bei so einem Top-Loader mit der Karte ein, zwei Packkarten vorne dran, hinten dran, anständiges Material benutzen. Prio-Briefe sind immer 2,10 Euro, niemals 1,95 Euro. Und wer dann da hängt und sagt, ich habe 15 Cent gespart, merkst du selber, oder? Und an dieser Stelle ein Dank an meine Patrons. Vielen, vielen Dank an alle meine Patrons. Besonderen Dank geht natürlich ans Thalia-Tier, ans Supporter-Tier und natürlich an das Thalia-Tier+. Die seht ihr alle hier. Aktuell kommen einige Patrons wieder dazu. Vielen Dank an dieser Stelle an die neuen Patrons. Ich habe in nächster Zeit noch ein paar Videos bekommen, die voraufgenommen sind. Und da sind die Patrons noch nicht drin. Also wenn ihr irgendwie jetzt hier auftaucht und Sonntag wieder verschwindet, macht euch keine Sorgen. Die sind ein bisschen voraufgezeichnet, weil ich ein bisschen Ruhe brauche, weil gerade eine sehr stressige Zeit persönlich ist. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Und ja, vielen, vielen Dank an alle Patrons, die mich unterstützen, wenn ihr mich auch unterstützen wollt. Könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen. Kanalmitgliedschaft geht auch. Da habe ich bisher einen. Danke heuen. Und ja, schaut mal. Vielleicht ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Ansonsten ist für euch nicht so viel Geld für mich schon. Ist für euch vielleicht viel Geld, dann tut es nicht. Also wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich würde jetzt gerne was essen, aber ich gebe dir meine 3 Euro. Macht es nicht. Dann könnt ihr auch einfach nur das Video liken, den Kanal abonnieren. Ganz viele Daumen nach oben dalassen. Euren ganzen Freunden, eurem kompletten Spielkreis dieses Video schicken. Damit die endlich wissen, wie man auf Cardmarket verpackt oder generell, wenn ihr Karten verkauft, verpackt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alla Blacksit. Ciao, ciao.